Was genau ist das da beim Oberlandesgericht München? Juristischer Dienst nach Vorschrift, mangelnde Sensibilität oder dann doch schon Ignoranz? Alles wäre fatal, denn der Prozess gegen das letzte noch lebende Mitglied des rechten NSU-Terror-Trios Beate Zschäpe und vier weitere Angeklagte, das ist ein sehr besonderes Verfahren. Die zehn Morde, die Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe zur Last gelegt werden, darunter acht türkischstämmige Opfer, die haben weltweit für negative Schlagzeilen gesorgt. Das Gerichtsverfahren werden die Menschen und Medien im In- und Ausland mit großem Interesse verfolgen. Vor kurzem war sogar von einem Jahrhundertprozess die Rede. Der Gerichtssprecherin Margarete Nötzel fiel bei der Gelegenheit aber nichts Besseres ein, als darauf mit einem Nazi-Vergleich zu reagieren. Anmaßend sei dieses Etikett und das tausendjährige Reich habe dann auch vielleicht nur 15 Jahre gedauert oder sowas in der Art. Ohne Worte. Ähnlich sprachlos macht auch das Verfahren, für das sich das Gericht bei der Vergabe der 100 Sitzplätze im Verhandlungssaal entschieden hat. Es gibt Beschränkungen für Journalisten, was zu der diplomatisch fatalen Situation führt, dass Vertretern von wichtigen türkischen Medien kein Zugang garantiert werden kann. Noch schlimmer, auch nicht alle aus dem Kreis der Hinterbliebenen werden Platz nehmen können. Medienvertreter und sonstige Zuhörer, die keinen Sitzplatz gefunden haben, müssen den Sitzungssaal vor Beginn der Sitzung verlassen. Punkt 2 Römisch 3, der Verfügung des Oberlandesgerichtes vom 22. März. Es muss ja alles seine Ordnung haben. Semija Simsek, die Tochter des ersten Mordopfers Enver Simsek, der 2000 in Nürnberg erschossen wurde, hat angesichts dieses Vorgehens ihre Gefühle gemeinsam mit ihren Anwälten so umschrieben. Sie und alle anderen Angehörigen, die keinen Zugang zum Saal bekommen bzw. irgendwo am Rande unter einer Empore sitzen werden, bleiben im Unsichtbaren. Mal wieder fühlen sie sich an den Rand gedrängt. So wie auch schon in den Jahren davor, da war noch von Dönermorden die Rede, von Clans, die sich gegenseitig umlegen. Deswegen standen lange die Familien im Fokus der Ermittlungen. Alleine deswegen hätte das Oberlandesgericht München begreifen müssen, dass dieser Prozess eine Dimension hat, die weit über das Juristische hinausgeht. Fehlanzeige. Denn sonst hätte es sich bei der Platzvergabe nicht für dieses Windhundverfahren entschieden. Schnelligkeit sollte nicht immer alles sein. Hinzu kommt, am Ende könnte der Prozess ganz entscheidend dazu beitragen, vor allem die Angehörigen der Opfer, aber auch viele Bürger in Deutschland mit dem Rechtsstaat zu versöhnen. Nicht wenige haben nach den jahrelangen Ermittlungspannen das Vertrauen in die Sicherheitsbehörden verloren. Eine Straßenumfrage zu den Verfassungsschutzämtern in Bund und Ländern würde angesichts geschredderter Akten momentan ebenfalls sehr einseitig ausfallen. Das Oberlandesgericht München ist sich ganz offensichtlich auch dieser Dimension nicht bewusst. Beschämend angesichts dieses ganz besonderen Verfahrens.